Sie dürfen sich gerne zum ersten Mal in der EU-Küftel-Gelassung. Sie dürfen auch gerne klatschen werden. Zum Zeichen Ihrer Rundenheit haben Sie die Spränge mitgebracht. Und Sie dürfen es verwenden. Die Krankheit ist jetzt komplett ausgeblendet. Ich habe den Tag heute genießen, Mann und Frau, die Kinder, die Verwandtschaft, alles. Das ist gut. Dennis, warte, du guckst hier mal. Dennis, hier, da oben rin. Achtung, fertig, Ameisen-Scheiße. Das war schon zuerst ein komisches Gefühl, als wir dann wirklich gesagt haben, okay, wenn die Hochzeit drin ist, bin ich Trauzeuger. Und jetzt muss ich sagen, ich bin wahnsinnig stolz. Weil die beiden oder mit den Kindern noch die vier, das ist einfach so viel Power. Das ist einfach toll. Und ich drücke ganz doll die Daumen. Und wir können uns alle da was abgucken. Also, wie stark man denn doch in der Beziehung ist, in der Ehe ist und zusammen ist. Und wir heulen über Kleinigkeiten. Wenn da mal was schief wird oder wenn wir da, sag ich mal, das nicht hinkriegen. Und die wichtigen Sachen, die gehen manchmal unter. Und das sind wichtige Sachen. Und wirklich, sag ich mal, Power mitnehmen, wo du selbst was mitnimmst. Und den Fahr mit einem super Gefühl nach Hause. Und das ist so. Und das ist so, dass sie einfach nicht weitergehen. Und das ist so, dass sie sich immer wiederholen sind. Untertitelung des ZDF, 2020